Ich bin der letzte Mal, dass ich dich nicht mehr küsse. Hey Charlotte, komm mal her. Wenn die Paula dich küssen wird, würde sie dann zurückküssen. Kann dir ja egal sein. Das ist ein Konzert im Shake. Ja und die Paula hat mich halt eingeladen. Die Paula? Ja, die Paula. Hat sie gesehen mit ihr in der Klasse? Ich weiß eigentlich gar nichts über dich. Die meisten glauben, dass ich irgendwie so ein Freak bin oder so. Ich mag Freaks. Ich habe nachher schon nach dir gesucht. Echt? Machen wir es noch mal. Wo hast du denn gemacht? Wir haben uns auf Französisch vorbereitet. Die Französische Vorbereitung muss aber ziemlich intensiv gewesen sein. Du bist dich aus Furcht. Du bist dich aus Furcht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020